willkommen zurück zu einem neuen minecraft let's play und ja ich bin jetzt hier zusammen mit metro das problem ist nur ich höre ihn leider nicht in game ich weiß nicht wie das funktioniert denn rede mal metro ok also ihr hört es jetzt nicht weil er redet in der party und ich weiß nicht wie das funktioniert schade vielleicht kann mir das mal einer erklären wie das funktioniert auf jeden fall hat er da eine schatzkarte schatzkarte sag ich schon jetzt eine karte eine truhe hatte er da und ja ich bin jetzt hier gerade auf meinem eigenen server denn wie in der ersten folge gesehen habt ja das war von dem black screen und keine ahnung wo der da war aber ich plündere jetzt gerade ja dieses dorf hier aus denn ich glaube ich kann das ja hier alles verwenden oder hoffe ich doch so ich habe jetzt hier den metro als ja wie soll ich dich nennen metro oder zack es wird hier gerade dunkel ich plündere jetzt mal komplett das dorf würde ich sagen da hinten kommt metro ja so klauen wir doch auch mal hier ich habe jetzt schon mal zwei ey cool ich habe eine trophäe ich habe jetzt schon mal hier zwei dinger hier gemacht passt mal auf in mitten ta hier ich habe schon viel geklaut und auch schon zwei schatztruhen und geöffnet also cool so crafting okay was ist crafting okay ich glaube wenn ich jetzt vier von diesen habe kann ich daraus ein machen oder kann das sein okay ja doch wie ich gerade gesagt haben also okay vier von denen würden den ergeben das ist ja schon mal nicht schlecht und so kann ich es dann auch mit dem zeug hier machen okay wenn der angel und eine möhre gibt dann eine möhre und angel okay habe ich verstanden gut hier ist essen zeug pilzsuppe melonen samen kürbiskuchen vermennst spinnenauge okay keine ahnung wie man an so ein zeug rankommt aber okay ah okay da sind hebel immer gut feuer schalter druckplatte haftender kolben transportwege und dekoration ja sehr schlicht gehalten minecraft würde ich sagen passiert wenn ich den kann ich diesen spiegel auch mitnehmen okay habe ich nur kaputt gemacht irgendwie ey die sehen echt aus wie taddeos echt war mit der nase da mit der großen oh jetzt gehen die alle ins haus und ich mach bei denen party hier und reiß ihnen die hütte ab okay wie kann man so sachen in die luft bauen wie geht das ah okay ja also er meinte ähm ganz normal ähm ich hab eben aua aua hilf hier mal weg ich hab ähm eben mal versucht äh sand abzubauen vielleicht habt ihr das in der ersten folge gesehen und da sind die dann runtergefallen komischerweise aber ich glaub das ist nur bei sand so oder bei holz nicht ah okay ja wir klauen jetzt hier mal die tür brauchen wir ja für unser haus hallo wir wollen ja uns dann zu hause bauen und was ist denn das maximal was man hier äh an an bausteinen transportieren kann im inventar mit ah okay also maximal 64 okay okay ja ja freunde ähm wenn ihr wisst wie man das einstellt dass äh mein kollege hier reden kann also der metro dass ich das wirklich hier ingame höre denn äh nicht jeder hat ja die diesen luxus wie ich jetzt ähm meinen laptop genau neben meiner playstation zu haben und so kann ich ja jetzt im teamspeak reden und gleichzeitig hier zocken und ja das muss ja auch irgendwie anders gehen denn ich habe ja black screen eben auch gesehen das ist eben das komische hm kannst du ach so den black screen ah freunde passt mal auf ich habe eine idee ich probiere jetzt mal den 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 black screen in meine party einzuladen online wo ist denn black screen ähm müssen wir erst mal suchen hier hier sind so viele namen äh vielleicht kann der uns ja helfen der dr kaboom zockt diablo der zockt minecraft aber ich glaube auf der ne hey achso das ist der metro der ist ja beigetreten ja fuck ich sehe hier keinen black screen okay vielleicht war das auch irgendwie off so offen für jeden oder so wenn es das gibt okay wir bauen mal hier weiter es speichert relativ viel so ähm kann ich dann die sachen auch in anderen lobbies verwenden nein gell also wenn ich die wirklich hier auf meinem server angebaut habe dann kann ich die auch nur hier verwenden oh brauchen die aber lang heben ja gut also ich kann wirklich nur sachen verwenden die ich auch auf meinem server habe da ist einer mit pfeil und bogen der mich anguckt oh nein ich glaube das ist so ein töter au hilfe au ich glaube der tötet mich jetzt weil ich hier lass mich rein da lass mich oh okay ich sehe hier nichts hilfe pass auf hinter dir kannst du den töten ah okay treffen ah der hat ein schwert ah nein und ich hau mit der tür man bin ich blöd ah okay so so da kann ich aufmachen aber die schlafen die thaddeos hier hey 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 ah was ist das ein hufschmied okay ja verlassen okay ich wollte eigentlich weiter häuser abreißen ja das wäre natürlich ja ja wenn man dich natürlich hören würde dann müsste ich hier nicht alleine reden das wäre schon cool gerade jetzt bei so einem spiel wo ich wirklich null ahnung von habe kann man mir viel helfen so ja Freunde ich hoffe es ist okay wenn ich hier das ganze Haus leer mache oh oh jetzt oh das hätte ich nicht machen sollen vielleicht bauen wir es wieder hin solange ich hier ja Teams Pick 3 also auch für die anderen Freunde hier die dann mitspielen wollen Teams Pick 3 das Server heißt germelite .nitrado.net und ja da kann jeder beitreten wie er will und zack oh die hören sich an hey diese Leute ja das ist oh also das Stein braucht enorm lange zum abbauen äh hab ich ja nicht hab ich nicht ok seh ich nicht ich seh ich nicht ah halt da war was grünes ah da ist er so wir gehen jetzt mal da rein wir haben den Tipp bekommen dass hier eine Werkbank ist ah ok ja hier ist eine Werkbank und jetzt machen wir mal handeln ja und dann ach so aber muss ich handeln oder ach so aber wie mach ich das jetzt da steht jetzt ab verwenden ah ok jetzt hab ich verwenden ah da war ich ja eben schon mal dran und dann oben Werkzeug oder wie Holzspitzhacke weißt du die oder Holzschaufel was ist gut ok hab ich einmal so und ich hab sie auch schon ausgewählt ja und ich hab auch sogar eine Trophäe erhalten so ja der ist fleißig am bauen ich wollte weiter abreißen da hinten so ah scheiße ok das geht nicht also was ist die Hacke hier für Stein ah also man muss hier wirklich für jedes das richtige Werkzeug haben ah jetzt geht es auch viel schneller guck siehe da wow ich werde angegriffen wow vom Feuer hey cool der ist tot yay und ich hab wieder eine Trophäe erhalten ja ich bin ja ein richtiger Trophäenjäger hier oder ein Monsterjäger so Holz kann ich damit wieder nicht abbauen oder wie ah doch aber es dauert aha also wäre eigentlich mal gut wenn ich man ich kriege hier gerade die ganze Zeit Nachrichten sollen wir mal nachgucken Freunde wie die mich hier zuspammen wahrscheinlich lachen die mich aus du spielst Minecraft ja schau sag ich doch du spielst Minecraft ja ja seit eben ja ja seit 10 Minuten spiel ich Minecraft und das schreiben die ersten mich schon an schön Minecraft am suchen ja komm auch super weg von GTA nein Spaß aber ich brauche ja irgendeine Beschäftigung bis GTA rauskommt und das wird glaube ich Minecraft sein so ich brauche erstmal ein Intro für Minecraft glaube ich ey so ich glaube ah hier ist noch Stein okay so also das Spiel ist ja ganz simpel muss ich sagen ah das ist Fundament das reißen wir auch noch ab wir nehmen alles mit meine Freunde alles ah jetzt ist es auch hell was ist am geilsten achso ja ja übelst geil ey so und da ich äh hier in meiner letzten Folge schon gesagt ich bin Bauzeichner von Beruf also ich glaube Minecraft müsste mir liegen ja wirklich also ich bin wirklich Bauzeichner also darum Minecraft ähm ist glaube ich eine Welt für mich ich kenne mich aus mit mit Häuser bauen und so so also ähm ich plündere hier mal komplett das ganze Gebiet ich würde ja gerne auch hier bauen weil das hier ganz äh fresh aussieht aber diese Typen die würden mir echt auf den Sack gehen mit ihrem hr 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 ah 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 schade okay das hätte ich vorher wissen müssen okay also hier Metro hat gerade gemeint ähm man könnte das hier bauen äh kaufen und dann gehört das einem das Dorf hier mit Smaragden aber man bräuchte elendig viele davon so ich reiß hier das ganze Haus ab so aber das Haus ja das was noch übrig ist so ähm jetzt okay also er downloadet hier also in der dritten ähm Folge von dem Let's Play hier wird er dann auch sprechen können meine Freunde Hoffe ich doch mal. So, ähm. Ja, ich bin gerade im Inventar, aber ich... Das ist schon... So, ich brauche hier... Oh, hö. Hä? 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 Okay, ähm, ja, für Holz abzubauen brauche ich wieder ein ganz anderes Werkzeug, oder wie? Sehe ich das? Ah, ich habe aber eine Holzspitzhacke. Dann muss das doch auch gehen, oder? Achso, das war eine. Aber die ist defekt. Aber ich habe eine Holzachs. Was kann ich damit machen? Haha, schaut Leute. So lernt man. Damit kann ich Holz kaputt machen. Mit einer Holzhacke. Oder Axt. So. Ja. Verschiedene Werkzeuge eignen sich verschieden gut für verschiedene Materialien. Du sollst eine Axt verwenden. Okay, ja, mache ich ja. Scheiße, jetzt komme ich da nicht mehr hoch, um abzubauen, oder? Geht das? Ach, doch. Minecraft denkt ja mit hier. Wieso? Also, ich hoffe, meine Freunde, dass in der dritten Folge hier schon mal Metro reden kann. Das wäre ja schon mal ein Kollege. Und vielleicht finden sich ja dann schon ganz viele. Und dann bauen wir so eine kleine Abonnentenstadt auf, würde ich sagen. Denn der speichert das ja jetzt hier, oder? Das ist jetzt meine Welt. Und der speichert das automatisch. Cool. Also kann jetzt jeder hier seine eigene Welt haben. Also in meiner Welt halt sein Zuhause bauen. Sind auch irgendwie meine Bausteine dann geschützt? Oder kann das dann jeder wieder abbauen? Ja, toll. Also wenn man dann Kack-Abonnenten drin hat, dann... Also, jetzt nicht Kack-Abonnenten. Ich meine natürlich jetzt nicht euch. Aber es gibt immer Spielverderber. Das kennt ihr ja auch in GTA, wenn man dann was aufnehmen will. Dann zückt der eine in eine RPG. Schießt natürlich alle Autos kaputt oder so. Also so Spielverderber, die gibt es ja überall. Und... Ja, wenn der hier natürlich dann hier irgendwas rumbaut. Und meinen Server kaputt macht, sozusagen. Ah, ich glaube, ich habe zu viel Holz davon. Kann das sein? Nö. Okay. Ja, das Haus ist weg. Da war mal ein Haus hier. Ich glaube, das ist Boden, oder? So. Aber wir können hier auch noch fett nach unten bauen. Ist das geil, ey. So. Freunde. Hm. Hm. Okay, ja. Wir sind jetzt hier schon bei 20 Minuten, ne? Wie lange brauchst denn du noch hier? Metro. Er installiert gerade. Okay, Freunde. 5 Minuten müssen wir noch hier spielen. Kartoffeln. Okay. Wo ist denn so der, das best geeignete Ort schon bauen? Wir reißen einfach mal alles ab hier. Ja, ich will Strandblick und so. Nee, halt irgendwie, wo cool ist. Wo alle hindern wollen. Nein, ich komme nicht mehr aus dem Wasser raus. Ah. Hilfe. Ich drücke X. Da kann ich hüpfen. Ah. Gedrückt halten. Freunde. Sagt es mir das doch. Scheiße. Oh, jetzt bin ich schon wieder drin. Okay. So. Also, ihr habt schon mal leicht verstanden. Abbauen kann ich schon mal. Ich habe eine Türe. Die könnte ich jetzt einfach hinsetzen, oder wie? Ha. Cool. Dann geht die auf und zu. Yay. Okay. Die gehört mir. Ja. Jens GTA ist dem Spiel beigetreten. Hallo Jens. Das ist doch ganz cool. Jetzt schaue ich mal. Jetzt steht hier Jens und da steht auch dieses Symbol. Aber er ist rot. Wieso ist der rot? Ich weiß es nicht. Okay. Jetzt ist schon mal Jens da. Ah. Da läuft wieder einer hier. Ja. Schöne Welt hier. Minecraft. Das Haus sieht doch ganz cool aus. Das will ich haben. Aber das bauen wir jetzt mal von... Ah. Halt. Okay. Da ist schon mal jemand irgendwie im Teamspeak, oder? Nein. Achso. Genau. Scheiße. Ich muss da hochkommen. Komm ich da hoch? Lass mich rein. Lass mich rein. Scheiße. Ähm. Ja. Also du bist jetzt im Teamspeak drin, oder wie? Ähm. German Elite? Ja, ja. Ja, das ist egal, glaube ich. Ah. Jetzt ist Jens unserer Party beigetreten. So. Wie komme ich jetzt da rüber? Nein. Ich will den Zaun klauen. Verdammt. Okay, Freunde. Ich glaube, wir laufen jetzt mal da außen rum. Ja, genau. Achso. Ja. Term Elite. Punkt. Ähm. Nitrado. Und dann Nett. So. Jetzt, meine Freunde, können wir den Zaun mal klauen hier. Ah. Der geht aber ganz schlecht kaputt. So. Düdüdüdü. Okay. Wir bauen jetzt mal hier ab. Den Zaun will ich. Mein Inventar ist gleich so zugemüt, glaube ich. Aber okay. Mal gucken, wo Jens ist. Ob der jetzt auch noch hier kommt. Ah. Ja, okay. Ähm. Jens, hast du die Möglichkeit? Oder kennst du dich hier gut aus? Weißt du, wie man in Game reden kann? Wie? Ich war eben bei Black Screen. Ey, da ist ja... Achso. Das ist ja Jens. Hallo, Jens. Ich schlage hier schon wieder mit einer Tür. Das geht gar nicht. In welchem Menü? Weil wenn ich jetzt hier Start drücke, dann steht dann nix hier mit. Da steht nur Audio, aber Option. Ja, jetzt bist du bei mir zum Beispiel angezeigt, dass du sprechen würdest. Also hier in Minecraft. Aber ich meine, das geht nicht. Also eben habe ich ein Black Screen gehört, aber in meiner ersten Folge. Aber ich höre jetzt irgendwie nix. Okay, meine Freunde. Ihr seht, das ist nicht so einfach. Okay, was hast du umgestellt? Wo? Auf Start, oder wie? Nee. Wo du, wo? Achso, hier im... Ich gehe in Party, ja? Ja, jetzt ist Priorität fürs Spiel. Hör ich jetzt euch in Game, oder wie? So. In Minecraft. Ah, jetzt sehe ich dich. Aber ich höre dich jetzt nicht drinnen. Echt? Verlass mal die Party. Mach mal. Okay, meine Freunde. Also, er meint, äh... Er kann jetzt sprechen hier. Okay. So, ich hoffe, ihr habt es das gerade mitgekriegt. Also, wenn ihr dann wirklich hier... Jetzt hat Jens die Party verlassen. Jens? Oh, perfekt. Okay, ja, perfekt. Also, meine Freunde. Ähm, das werde ich jetzt, glaube ich, an den Anfang schneiden. Ähm, also nicht wundern, wenn ihr das vorm Intro hört. Aber jetzt passt mal auf. Also, meine Freunde, wenn ihr mit mir spielen wollt, und ich muss euch hören, oder ich soll euch hören, dann müsst ihr in meiner Party beitreten und hier, linke Seite, Chat-Audio, auf Priorität für Spiel setzen. Und nicht, wie hier eigentlich normal eingestellt ist, ähm, für die Party. Denn jetzt höre ich nur die Party. Und so höre ich auch euch in-game in Minecraft. Und nur so kann ich eure Stimme mit aufnehmen. Denn, hallo Jens! Okay, ich hoffe, ihr habt es den Jens jetzt gerade gehört. Er hat hier einfach mal das Licht ausgemacht. Und ja. Ja, das ist eigentlich schon das Ende hier von dem Let's Play. Aber, ich würde sagen, ja, wir starten gleich in 20 Minuten nochmal. Oder, was heißt in 20 Minuten? Wir starten jetzt gleich nochmal. Aber ihr seht dieses Let's Play dann erst später. Also, meine Freunde, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Auch wenn das ein bisschen planlos ist. Natürlich die ersten Folgen. Ich habe noch nie Minecraft gezockt. Aber okay. Also, meine Freunde, ich hoffe, euch hat das gefallen. Nicht vergessen, ist der Daumen oben. Wird man euch loben und schaltet in der nächsten Folge ein. Denn dann spricht auch Metro zu uns. Und nicht nur ich hör den. Okay, meine Freunde. Also, ciao. Und bis zum nächsten Mal.